Herr Oberförster Herr Oberförster, meine Verehrung, Herr Oberförster, und wie geht es da der Gemahlin, der Wärtenmahlin, die Gemahlin, die Gemahlin, oder die Gamm, die Gämsin, Gämsin? Nein, das ist in Ordnung, Herr, von dem wir haben. Ah, ja. Ja, ja, das ist in Ordnung. Das wird das Wetter morgen beim Schützerfest sein. Das Schützerfest? Ah, das Wetter, das Wetter, das werden wir mal gehauen, nicht? Komm, wir mal. Das Wetter, ah, da, ja. Gitterregie! Ach, schrecklich. Gitterregie! Das war das Echo, müssen Sie verstehen. Der Tochter, der ist wirklich gut bei Gitterregie. Und wir, wir würden morgen die Wolken über den Schafberg, wir würden, wir sind D. Ja, wir schauen mal an, dass wir hier. Fialerei. Fialerei. Ist so schön, wir haben uns in St. Wohl gegabt. Singen Sie dann oder nirgends? Guck, Kate. Wir meinen Sie überwiegen. Wir müssen jetzt vorstoßen. Wergebender Bimmer, Herr Oberförster. Grüß Sie, grüß Sie. Wiederschauen. Wiederschauen. Komm, mein Viecher, komm! Komm! Der Mann! Ja, endlich, du treuloses Kleid, du hörst! Na, warum losst du mit deinen so alleine endlosen Sommernächten? Na, wir haben angestochen und Wirscht haben ja auch noch den Mürzen. Wirscht? Ohne mich? Ja, ich wechsle das Verhütnis. Bitte, Herr Opa! Stopp, ich bleib bestimmt nicht mit dem Viecher. Wo sollst du hin? Ja, da kommen, da kommen die Busen der Natur! Ah! Herr Opa! Bist du, vergiss nicht! Komm, mein Viecher, geh mal wieder! Komm! Bist du Depper! Zwoa! A süße Zwetschgen ist sogar! Und dekorst erst! A süße Zwetschgen ist sogar! A süße Zwetschgen ist sogar! A süße Zwetschgen ist sogar! Und ja, mach – du, wechsle das denn? Und das ist immer so, erst! Vorwärts, mehr dempo! Na, glaub's, denn die Herrschaft, die Reischt zu ihm verknölen, ja? Du, wechsle mich gut hinrichen! Wo, ich schon mal foi! Wo, ich schon mal foi! Wechsle mich. Was? Wechsle mich, der… Der… Ich geh, ich hu… Ich hu… Die hu… Ich hu… Ich hu… Ich hu ist mir nicht besser! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dämmüista Militarre, ja, ja, ja! So, Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, Sie befinden sich hier im berühmten Hotel zum weißen Rössl. Berühmte weit vor. Das war unser Esel, ja. Meine Damen und Herren, da quitschen Sie da, aber dann wissen Sie wieder nicht, was den Leuten erzählen wird. Wissen Sie schon? Wohl in der Betrachtung des Auge hier ist ein Spiegel. Das ist der Wolfgang. Die Perle des Salzkammerklubtes. The Pearl of Austria. Ja, er ist 500 Meter tief, enthält mit Foren, einen Familienpark, eine Temperatur von 19 Grad und Radium. Und Radium. Und Radium. Und Radium. So, meine Damen und Herren, für Ihre Renten, ja, Freizeit. Und das ist der Sügenberg. Für Ihre Renten, ja, Freizeit, das ist der Gaisberg. Vorher ist der Schofberg und hinterher ist der Kolbsthule. So, wir haben jetzt alles gesehen, wir haben die ganzen Sehenswürdigkeiten kennengelernt. Wir brechen nur noch Ischlauch, der berühmten Sommerresidenz meiner Majestät Kaiser Franz Josef. Reinsteigen! 1. 1. 2. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020